Wo stehe ich überhaupt im Leben? Und wo will ich überhaupt hin? Sind das deine Schlüsselfragen, die du dir stellst, die du dir vielleicht schon oft gestellt hast? Und hast du eine Antwort? Wenn das deine Fragen sind, dann lade ich dich zu meinem Seminar ein, Yoga für ein neues Frauenbewusstsein, das ich vom 1. bis 3. Juli 2022 im Benediktushof in Holzkirchen in Unterfranken halte. Wir schauen uns deinen Standpunkt an, wir entwickeln einen Plan und du gehst in eine Transformation zu einem neuen Bewusstsein, ein neues Frauenbewusstsein. Ich freue mich auf dich, melde dich jetzt an. Das ist deine Chance und da bekommst du deine Antwort. Vielen Dank.